So, mal schauen, was sie kriegen werden. Wo steckt jetzt Monte eigentlich? Und woher kommt diese Musik? Ach du Schein. Moin, meine aktiven Freunde. Ach, jetzt fängt der Darm schon wieder an. Ey, schon mal dort, Monte. The Rolling Head. Oha, Memo, guck mal, Maschallah. Erliebt. Alter, die ist doch minderjährig. Und da kommt schon noch die Polizei. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Was sind das für Geräusche? Und wo steckt Monte wieder? Was zur Hölle? Oh, oh, oh mein Gott. So, das war der Stress-Player. Nee, mehr Stress gewesen, als ich gedacht hätte. Gut, das war jetzt aber wirklich der letzte Stress-Player. Nee, auch noch nicht. Das war aber jetzt der letzte. So, und warte. Oh, nee, der hätte ich jetzt gedrückt nicht mehr eingeschissen. Wirklich jetzt? Der Typ findet ihn sechsstellig? Was ist eine Frechheit. Okay, Monte, jetzt holen wir uns mal Wasser, damit wir ein Nether-Portal machen können. Ich muss so pissen, Digga. Okay, aber bitte nicht in den Eimer. Ja, moin. Ja, moin. Hast du Obsidian für mich? Ah, perfekt. Warte mal, Stack-Diamanten? Was ist das? Meine Niere? Du willst mich abziehen, kann das sein? Na, dann mach's gut. Ach, heutzutage muss man wirklich alles selber machen. So, Monte, kannst reinspringen. Wir werden sowas von sterben. So, wo ist der Nether-Fortress? Nicht die Pigments schlagen, sonst schlagen sie noch zurück. Das ist ein sehr schöner Rentner. Nein, ich bin kein Rentner. Ey, lass dich nicht provozieren. Wow, okay, ich weiß jetzt nicht, woher dir die Waffe hast, aber chill erstmal. Nein! Äh, mein Kollege hat das nicht so gemeint. Lauf. Ey, guck mal, da ist ein Nether-Fortress. Aber wie kommen wir dorthin? Ey, du. Kannst du uns rüberbringen? Wir hätten sogar Merch für dich. Yo, let's go! So. Ach ja, danke übrigens. In welcher Richtung finden wir den Blaze-Spawner? Okay, dankeschön. Bro, willst du uns verarschen? Fick deine Mutter, du Warnsohn. Ich hab'n Blaze-Bowler gefunden. Oh mein Gott, ich mach' hier alle weg, Digger, kapi? Bro denkt auch, wir spielen hier GTA. So, schnell weg hier. Oh, zack. Hast du jetzt wirklich Drogen genommen? Wie meinst du? So, jetzt dropp mal alle Enderungen, die ich dir gegeben hab. Ähm, Monte, wo ist der Rest? Ähm, ähm... Man, das waren all unsere Ender-Augen. Und die Zeit wird auch nicht reichen, um neue Ender-Augen zu machen. Ich schätze mal, wir müssen den Street-Run abbrechen. Ähm, warte mal ganz kurz. Ich hab' noch mal ne Idee, Bruder. Oh, ich befürchte nix Gutes. Ein Casino? Du denkst doch nicht wirklich, du könntest hier Enderungen gewinnen. Oh, oh mein Gott! Let's go! Oh, ich hab' keine Sekunde an dir gezweifelt. So, mal schauen, wo das Endportal ist. Häh, dort unten muss das Endportal sein. Wiederschauen und reingehauen. So, irgendwo muss hier doch das Endportal sein. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Nichts, nö. Ich zieh echt gerne mit Karten. Ich hab's gefunden. So, das ist es, mein Lieber. Okay, kannst du reinspringen. Niemals schaffen wir das. Na dann, let's go. Ich bin's, Tim! Besser als Freinix. Als ob dir jetzt wirklich ein Selfie machen. Wo sind wir auf der Gamescom? Was ist das jetzt schon wieder? Ne Autogrammstunde? Äh... So, das war der Letzte. Jetzt liegt es an dir, Monte. Ich hab' noch mal ne Idee, Bruder. Der war sehr gut. Jawohl, Monte, wir haben's geschafft. Let's go. Beste Speedrunner Deutschlands. Monte, dein Aquarium brennt.